Du schuldest mir noch 10 Euro. Schulde ich dir noch etwas? Sie ist ihm viel schuldig. Heute geht es um das Verb schulden. Jemandem etwas schulden. To owe someone something. Los geht's! Ich schulde ihm 5 Euro. Er schuldet mir 10 Euro. Ich schulde euch 20 Euro. Sie schuldet ihm einen Euro. Ihr müsst hier ein Dativobjekt benutzen. To owe someone something. Ich schulde jemandem etwas. Wie viel schulde ich dir? How much do I owe you? Wie viel schulde ich dir? Oder wie viel schulde ich ihnen? Schulde ich dir noch etwas? Schulde ich ihnen noch etwas? Schuldest du mir nicht noch 5 Euro? Schuldet sie mir nicht noch 10 Euro? Er schuldet mir Geld. Schuldet Thomas dir Geld? Schuldest du Thomas Geld? Was bin ich dir schuldig? Du bist mir gar nichts schuldig. Alles gut. Man kann sagen, ich schulde dir 10 Euro. Oder ich bin dir 10 Euro schuldig. Ich bin jemandem etwas schuldig. Das muss nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun haben. Es kann sein, dass ich Thomas sehr viel geholfen habe. Und Thomas hat jetzt das Gefühl, dass er mir etwas schuldig ist. Er könnte sich dann bei mir bedanken, indem er mich zum Beispiel mal zum Essen einlädt. Wenn man jemandem einen Gefallen tut, dann bezahlt man normalerweise nicht dafür. Man macht das, weil man das gerne macht. Und im Gegenzug kann man dann der Person etwas Gutes tun. Zum Beispiel jemanden zum Essen einladen. Oder jemanden auf ein Bier einladen. Oder jemandem ein Bier oder ein Getränk ausgeben. Man kann sagen, ich bin ihr viel schuldig. Oder ich habe ihr viel zu verdanken. Also sie hat mir zum Beispiel in der Vergangenheit sehr viel geholfen. Und deshalb habe ich ihr viel zu verdanken. Oder ich bin ihr viel schuldig. Man kann auch sagen, ich habe Schulden bei ihr. Oder ich habe Schulden bei ihm. Er hat Schulden bei mir. Das bedeutet, er schuldet mir Geld. Viele Menschen haben Schulden bei der Bank. Sie müssen zum Beispiel einen Kredit abbezahlen. Habt ihr Schulden bei der Bank? Oder schuldet ihr jemandem Geld? Erzählt es uns in den Kommentaren. Du bist mir eine Erklärung schuldig. Das bedeutet, ich verlange eine Erklärung von dir. Was ist da passiert? Erklär mir das bitte. Man kann auch sagen, du kriegst noch Geld von mir. Oder du bekommst noch Geld von mir. Kriegen ist umgangssprachlich und Bekommen ist Hochdeutsch. Kriegst du noch Geld von mir? Wie viel Geld kriegst du noch von mir? Er weiß nicht, wie er seine Schulden abbezahlen soll. Er hat so viele Schulden und jetzt hat er Schwierigkeiten, sie abzubezahlen. Oder er hat Schwierigkeiten, seine Schulden zu begleichen. Man kann auch sagen, sie ist überschuldet. Also sie ist nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu begleichen. So, heute habt ihr viele nützliche Ausdrücke gelernt. Wenn ihr das üben möchtet, dann schaut mal bei lingoni.com vorbei. Dort haben wir auch ein kostenloses Trial für die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch für euch. In unserer App findet ihr Lernmaterialien für die Levels A1, A2, B1 und B2. Dazu gehören zum Beispiel Arbeitsblätter, die ihr runterladen und drucken könnt, interaktive Übungen, Podcasts und ein Aussprachetool. Schaut mal vorbei. Bis bald. Tschüss.